zum einen sehe ich hier diese freude und auch auch hier sieht man wieder wie gut die im team zusammenhalten und ich finde solche tage sind auch wichtig oder solche veranstaltungen sind enorm wichtig für die pflege weil das zeigt dann doch noch mal auch die wertschätzung also für mich bedeutet pflege zum einen dass das ein ganz ganz anspruchsvoller beruf ist und dass das viel mehr ist als sich nur mit körperflüssigkeiten zu beschäftigen oder halt du nimmst den waschlappen in die hand und ganz oft wird der beruf darauf reduziert und das ist nicht so also eine pflegekraft die kann priorisieren eine pflegekraft muss verantwortung übernehmen und vor allen dingen muss eine pflegekraft immer wieder entscheidungen treffen können meine botschaft ist wirklich positiv auch daran gehen und ich weiß es gibt ganz furchtbare tage aber nicht runterziehen lassen von den furchtbaren tagen sondern wirklich daran denken wie toll es ist wie toll dieser beruf ist und wie viel spaß es doch macht in einem richtig guten team zu arbeiten schauen wir mal wieder ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017